ha 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 mir den level und den pascal wir haben jetzt 60 sekunden zeit um zu zeichnen fünf runden wer am ende die meisten punkte hat gewonnen und wir müssen hier im chat die wörter erraten wir sind hier im hashtag homeoffice weil wir so vorbildliche leute sind ich bin froh dass ich schneiden kann man die werbung habe echt ein video zu haben hier steht bei mir nur bei google reports ist wie plündern jetzt habe ich habe keine werbung macht die farben noch dazu pascal jetzt weiß ich nicht mehr was du da tust hausfenster ach so das sind ja nur paar ich bin blöd du verwirrst den jungen englisch nein ich habe auf deutsch gestellt aber ich dachte es geht jetzt um das betriebssystem oh gott nein wahrscheinlich ist das sogar so ist es jetzt auf englisch ich weiß es nicht ihr seht doch die wörter nee das war jetzt auf deutsch ja okay dann geht es um das betriebssystem ähm äh ähh hehehe 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 oh nein Ich habe aber weiter nicht selben Gedanken gehabt. Karkalake. Habe ich das immer vergessen. Hä? Ich weiß nicht mehr genau, wie der Typ aussieht. Ist ein Typ? Nein, nicht ein Typ. Warte mal, ich zeichne mal so ein bisschen hier. Mal gucken. Ich glaube, ich bin hier der Noob. Im Ganzen. So, und das ist das hier auf jeden Fall. Und ein Typ von dem hier. Hä? Verstehste? Anglerfisch, ich habe Angelfisch geschrieben. Angelfisch. Also hier, die haben noch diesen komischen Horn da oben dran. Und das da oben sollte der Fisch darstellen. Und der sollte halt das... Was ist das da hinten dran? Aber ich bin ja darauf gekommen. Das soll keine Schloss sein. Eine Flosse, das sieht aus wie ein Starrel. Gib mir die Flosse, Genosse. Ich gebe dir die Flosse, wenn wir uns wieder sehen können. Auf jeden Fall. Ein, zwei, drei, vier. Ja. Ehre. Wow. Wir sind echt gut. Und das ist doch nicht schlecht gezeichnet, ey. Hat ihr dir meinst, schlecht gezeichnet? Ne, ich bin drauf gekommen. Ich habe nur den Fisch halt... Nachtschöne, falschen Fisch, ich habe so einen Lappen gegeben. Ne, ne, ist okay. Ah. Puh. Äh, na, na. Und Pascal, morgen wieder arbeiten? Ja, selbstverständlich doch. Haha. Keiner Typ. Ha. Hops. Easy. Äh. Hä? Easy going. Okay. Ach komm, spätestens rechts oben in der Ecke müsste das doch klar sein. Ja, eigentlich schon. Komm schon, Levin. Ja. Geil. Das sind 30 Cent und das sein, oder 3 Cent oder so, ne? Ja, natürlich 3. So, ich mache das jetzt so, wie man das damals im Kindergarten gelernt hat. Hey. Hey. So. Und, äh. Hops. Okay. Ich wollte noch viel mehr zeichnen. dran, wo ich draufliege auf meiner Liegematte. Ach, Liegematte. Sagt man Liegematte? Liegematte. Du bist auch so, du Liegematte. Sagt man Liegematte? Hm. Hängematte meinst du, oder? Ich weiß es nicht. Hä? Das ist eigentlich einfach. Es. Es bringt mir. Hallo. Hi. 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 Aber ein bisschen, ein bisschen nachgedacht musste da werden. Hm. Scheißhaufen. Hi. Ach, Christoph, du brauchst nichts mehr machen. Das ist eigentlich relativ klar. Das ist überhaupt nichts, ist das. Hallo, ich beam's als Außerirdischer! Achso, du hast doch sogar schon Außerirdischer geschrieben! Ja, aber er hat jetzt falsch geschrieben. Warum hast du einen Scheißhaufen? Weil er gekackt hat. Er ist doch offensichtlich. Richtiger Scheißer. Okay, Dreieck. Weil es auch nur Dreieck war. Eliminaten, Pyramiden. Ich denke mir schon eine Verstörungstheorie aus, weißt du? Das könnte ich nicht im Leben machen, deswegen muss ich jetzt einworten, was ich so halb ist. Oh, das war viel zu groß. Egal. Okay, hier unten ist dann... Das ist so viereckig, ne? So, hier unten ist noch so. Und da kommt hier so... Oh, falsche Farbe. Und hier ist dann halt so eine coole Person. Ja, Eliminaten, hör auf zu malen. Reicht, reicht. Ich bin, ich bin das Experte. Das ist sehr seltsam gemalt. Das war so easy gemalt. Ich fand das gut. Das versteht jedes Kleinkind. Ich fand das gut. Danke, Pascal, dass du mich hier unterstützt in diesen schweren Tagen. Ich fand das seltsam gemalt. Hey. Verdammt. Hä? Oh, viel zu lang. Ich achte. Soll ich mal auf die Wörterlobe achten? Zwicky. 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 Zwicky? 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 Das ist ein Hint auf eine Simpsons Episode. Ja, 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 ja. Gute Folge, gute Folge. Scheiße. Ich hab's nur durch Zwicky erraten. Und er wurde dann gebadet. Oh, wer war das denn nochmal? Dann wurde er gegessen. Das ist ein Hummer. Ein Hummer? Ein Hummer? Ein Hummer? Ein Hummer? Ja. Wo ist deine... Genau, die Scheren. Ich hab die Scheren vergessen. Nein. Ich dachte kurz, Scheren sind von einer Krabbe. Oh, Mann. Ja, Scheren haben. Krabben haben Scheren. Wir haben auch. Ja! Ich bin gut. Alter, was... Die anderen Wörter, die ich nicht nehme, sind Pringles und Seekuh. Pringles, Seekuh. Pringles und die gute Alte. Die Seekuh kann sehen. Scheiße, eine Brille kriegt sie nicht. Was? Levin, aufhören zum Malen. Das reicht. Ja, warte. Du brauchst nichts mehr machen. Lass einfach. Das... Ey, hör doch mal auf. Hä? Vorne und hinten. Vorne und hinten. Vorne und hinten? Das Schlimmeste war jetzt einfach bei Glück, ey. Das ist richtig... Ich weiß nicht. Wow. Das ist ein Handy. Das kannst du mir... Das ist ein Handy. Das kannst du mir nicht erzählen. Hä 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 hä. Ja, ich hab's erkannt. Danke, danke. Ähm... Made. Wieso Made? Ja, ich musste irgendwas mit D und E. Und da war halt Home-Button und oben war halt... Warum hast du Seekuh geschrieben? Warum hast du Seekuh und Fingels geschrieben? Ja, du sagst das nämlich nicht. Ich dachte ja, du wolltest uns verarschen. Hehehehehe. Höhehehehe. Sche. Du bist auch unsere alte Seekuh... Huah? Äh. Was? Hä? Äh... Hä? Hehehehehehe. Hä? Oh, da war, ich sehe gerade im Chat, da war jemand nahe dran. Was? Boah, ihr schreibt das alle falsch. Ach, wow. Ey. Wow. Star Wars. Und selbstverständlich noch Duali. Ja. Keine Ahnung. Was ist ein Duali? Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich dachte, du kommst da drauf, weil währenddessen Duel of the Fates spielt. Ich habe sogar an das Duel of the Fates gedacht. Ich dachte so, Duel of the Fates und dann, was passt denn zum Duel of the Fates? Oh, das war eigentlich voll gut. Hm. Hm. Warte, warum habe ich Witsche? Weiß nicht, ne? Hm. Also es ist ein bisschen schwieriger, ne? Es geht, äh, um das hier. Ja. Ja. Was? Ja, ist doch irgendwie, es ist offensichtlich. Also ich war schon mal dran mit Telefondose und Internet, aber das ist Telefon, Kerl. Ich schreibe Telefonschnur und dann auch noch falsch. Oh Mann. Oh Mann. Die Wörter gefreut sind auch schwer. Okay, Finale Runde sehe ich gerade. Ja? Ne, doch. Round five of five. Ja. Astizian. Er ist fett geworden, seitdem er in der Quarantäne ist. Er ist fett geworden, seitdem er in der Quarantäne ist. Schweinebacke. Also es ist nicht Bruce Willis, das passt. Ja. Weißt du, ich schreibe Rollschuhlaufen, Rollschuh, weißt du? Bah. Inline-Skeits. Ah, ein Kreis. Oh. Das ist die Welt. Ne, das ist mein Gesicht. Und es geht da drum. Hä? Genau um das. Levin, Zahnarzt. Zahnarzt. Man könnte sagen, es ist keine... Noch falsch geschrieben. Echt? Bei dir fehlt, ist eine Lücke im Vokabular, Levin. Wuh! Oh Mann! Doch, kein Zahnarzt. Ihr Noobs. Tja, da hat Christoph wohl wieder Haus hochgewonnen. Ähm. Ich bedanke mich. Würdest du jetzt nur eine Runde machen oder nur zwei machen? Wir machen pro Folge eine Runde. Wir sind jetzt bei 15 Minuten. Wenn man das vielleicht noch ein bisschen zusammenschneidet, das ist eine gute Länge. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns dann nächstes. Folge Skrippelio. Lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo. Teilt es mit euren Freunden und klickt auf jeden Link in der Beschreibung. Ähm. Klickt auf jeden Link in der Beschreibung, das ist geil. Ja, also wer weiß, also abonniert meine Kanäle. Wenn wir in fünf Jahren Merch haben, also für euch natürlich jetzt, ist bestimmt auch ein Link in der Beschreibung. Wahrscheinlich dann nicht. Und? Ich glaube, keiner macht sich die Arbeit dafür. Und? Aber vielleicht ist er da. Also, tut es. Macht es. Jo, chill. Guckt euch doch die anderen Videos an. Bei Hashtag Quarantäne und so. Äh. Äh.